Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 2 mit dem guten Zero hier im Barbaren-Hochland, also im Eis-Hochland. Guten Tag! Äh, ja, wir sind dabei, gerade die Barbaren zu befreien. Das ist eine neue Session, die wir hier angefangen haben, das heißt die Mobs sind alle wieder aktiv. Müssen wir jetzt alle umbringen. Das wäre nicht so schwer, wenn nicht der Fette auf mich kommen würde. Nein, nein, nein. Also, was ich ganz merkwürdig finde, ist, dass ich extrem viel MF habe, aber wir finden einfach nichts Gutes. Ja, das stimmt irgendwie. Na gut, wir sind ja auch noch im normalen Modus, ne? Also, wir sind ja nicht auf Hölle oder irgendwas. Oder Albtraum. 15 zu Angriffswert. Und 10 zu Leben. Das ist ja mal der letzte Müll. So, weiter geht's. Oh, Mana-Tank, sehr schön. Oh Gott. Ich, äh, hab vergessen, dass ich ein Mana-Schild und so weiter brauche, sonst sterbe ich einfach. Wenn man bemerkt, wie zerbrechlich man eigentlich ist. Oh, ein blauer Gürtel. Das ist ja mal Wahnsinn. Aua, aua! Ich heil mich erstmal. Oh, hier ist ein Brustpanzer. Äh, eventuell sockelbar. Naja, bei mir habe ich ja sowieso hier meine Todpaste drauf mit 29 MF. Ich bin so recht gierig. Ich kann dich noch mehr tragen, ja. In Stadtportalen, ansonsten, ein, drei Sockelbar. Noch ein Brustpanzer. Ja, noch ein Brustpanzer. Der ist, der ist ätherisch. Oh, da hat's Ping gemacht. Ein Saphir. Kälteschaden. Benutzen wir ja gar nicht. Hier hast du ja, glaube ich, den Flammenfluss liegen lassen, ne? Ich habe alles mögliche liegen lassen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das so lange mitgeschleppt habe. Ich mache total viel Schaden. Ich glaube, ich habe da gerade so 100 Dinger reingehauen oder so. Ein Knochenschild. Äh, was man einmal sockeln kann. Ähm, brauchst du das eventuell? Nö, nö. Nein, nein, okay. Ich habe immer noch mein zweifach Sockelschild. Achso. Schöne Fall, dass ich meine Schäleert kriege. Was ich jetzt noch bezweifle. Oh, Mana schreien. Ja, nehme ich auch sofort. Was schießt? Ach, da ist irgendwie so ein grünes Scheißviech. Ei, 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 ei. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich bin hier der Bargiger. Kannst mich nicht töten mit Magie. Oh, ich bin fast tot. Oh, oh. Ach. Diese komische Hütte, das spawnen die raus. Ja, ja. Alter, ich bin schon wieder fast am Krepieren. So, mein Mana-Schild bringt nicht mehr so viel. Oh. Ich brauche Mana. Oh, die halten so viel aus. Ja, jetzt lass mich doch in Ruhe, Mann. Und ich habe meine Ausdauerprobleme. Habe ich noch Ausdauertränke am Start? Okay. Nein, doch. Oh, ein Ring. Schon eingesammelt. Und schon identifiziert. 104 Angriffswert, sieben Leben. Ähm. Moment. Oh, ich habe einen neuen Ring. Die Magierin bräuchte noch irgendwie, ja, so eine Art Heilzauber. Das wäre genial. Vielleicht ein bisschen OP. Ja, genau. Aber, hätte ich wissen, sich diese Lebensprobleme. Ähm, ich habe hier noch einen Ring mit 10% schnellere Zauberrate. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre. Ja, ich habe einen F-Ring. Achso, okay. Äh, guck mal, so ein Depp. Er versucht mich zu kriegen, aber er kriegt mich nicht. Aha. Ich habe neun Leben. Ich bin glücklich. Das ist doch gut. Nimm doch hier einen Heiltrank. Dankeschön. Mann, ich kriege so schnell aufs Maul hier. Da habe ich aber doch keinen Zauberstab gefunden, der mir irgendwie gefällt. Und meine Rüste macht mich wieder mal so krass langsam. Oh, da hinten ist ein Flammenberg. Ein gelber Flammenberg. Oh. Oh. Ich bin überladen, übrigens. Wollte ich nochmal sagen? Jo, das ist Standard. Jo, ne. Oh, wie gerne habe ich das Ding immer als Barbar getragen. Begräbnis drüber. Hier ist ein Ausdauer-Elixier. Ja, ich bin gleich da. Und ein Portal. Oh. Oh. Ruckel, ruckel. Dort, jetzt stirb doch einfach, du mit deinem Scheiß-Leben. Alter, warum ruckelt denn das gerade so? Hammer. Bei mir nicht. Bei mir hat es total geruckelt gerade. Wo ist das Ausdauer-Elixier? Äh, weiter hinten, weiter hinten. Hier hinten irgendwo. Äh, wo war es denn? Da, ich sehe es. Ah, okay. Ah. Dann ist ja gut. Kann laufen. Ich kann laufen. Das ist nicht schön. Als ob er seine Beine wieder gekriegt hat oder so. Ungefähr. Jetzt lasst du... Wie hat er mich getroffen? Cheater! Alter! Die Kugel war nicht mal in meiner Nähe und ich wurde getroffen. Jetzt kommt der Riesenzauber. Ja, sammel darauf. Ja, ich wollte erstmal nur die Viecher hier platt machen. Eigentlich. Oh, ein gelbes Schottenschwert. Ich dreh durch. Wir finden alles mögliche, aber nichts für uns, ne? Ja, echt. Gott, wie diese Ebene echt nervig ist mit diesen teleportierenden kleinen Viechern und den ganzen Sackgassen und alles mögliche. Also ganz ehrlich, ich habe gerade gemerkt, für diese Türme, wo diese kleinen Kobolde draufstehen, sollte ich tatsächlich das Schwert benutzen. Ich habe einmal draufgekloppt und es war kaputt. Nicht den Bogen, wo ich 8000 Mal raufkloppe. Er bringt 28 zu Leben, der Riesenzauber. Achso. Ist tatsächlich auch so ein großer. Weiß nicht, wollen wir ins Portal gehen oder was? Wollen wir schon durchgehen? Ja, wieso nicht? Okay, Moment, ich mache hier gerade nochmal so ein paar Viecher platt. Ich habe nochmal einen Riesenzauber gefunden. Ah, ne, einen kleinen Zauber. Sechs Giftschaden. Mal wieder Giftschaden. Was auch sonst? Weg damit. Ich verbrauche nur Platz. Oh, Pfeile, Pfeile. Nehme ich mit. So. Äh, ich komme. Portei. Ja, komm schnell hier. Komm ran da. Ja, bin unterwegs. Und. Klick. Klick. Ins Abaddon. Abaddon. Hier gibt es am Ende immer so Schatztoden. Das sind quasi Höhlen. Wie damals unsere Höhlen, die wir lange nicht mehr betreten konnten. Ja. Und ich muss sagen, mir gefällt es hier. Also es ist jetzt nicht so unübersichtlich wie im Hochland da, wo wir gerade waren. Ja, das stimmt. Das Hochland geht auch so wahnsinnig in die Breite, wie ich finde. Aua. Oh, durchsteckt einiges ein, alter Schwede. Ja, Blutfürsten sind nicht so einfach. Kurzer Kriegsbogen. Na, nicht genug Mana. Wie sie einfach gefroren sind. Na, 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 na. Das ist echt super. Vielleicht haben wir schon meine teuren Zauber mal raus. Ich habe jetzt wieder genug Mana. Oh, noch eineinhalb Level. Also Level 30 kommen wir auf jeden Fall noch. Das ist schon mal gut. Weil wir nachher, äh, gegen die, wie hieß sie nochmal, die Dinger beim Olymp da antreten, kriegen wir ein Level gratis, ne? Oh, Ausdauerschrein. Ausdauerschrein. Ja, freut sich aber einer. Leidet. Ich kann entkommen. Jetzt erklär mir mal, wie hier so ein Anhänger herkommt. Ich nenn's jetzt mal Anhänger. Was für ein Anhänger? So ein Wagen hier. Ich weiß nicht. Vielleicht wollte jemand irgendwie ein paar Sachen hier verkaufen. Und dachte, dass ich, nee, die wollen nicht verhandeln. Und ist dann gestorben. Oh, Mann. Lalalala. Guck dir die Deppen da hinten an. Können nicht mal ne Brücke benutzen. Oh, das war so ne ganz dicker. Ja, immer wieder nichts verloren. Oh, kleiner Zauber. Na, immerhin Heiltränke. Lalalala. Auweh. Oh, ein grüner Brustpanzer. Gucken wir mal nach. Isenharz. Hatten wir schon mal. Gefallener König. Wie war das? Doch. Nee. War das gefallener König? Isenharz. Nein, nein, nein. Das vom Barbar? Achso. Der unsterbliche König. Unsterbliche König. Genau, sowas. The Immortal King. Oder kurz gesagt Immortals. Hatten wir tatsächlich schon mal, ne? Ja, Isenharz hatten wir schon mal. Aber Isenharz ist auch das am häufigsten gedroppte. Also. Ja, ja. Ist jetzt nicht so irgendwie spektakulär, dass wir das schon wieder gefunden haben. Ja, aber immerhin. Ich meine, selbst auf Hölle findest du das ständig. Ich meine, wir droppen zweimal dasselbe, äh, denselben Set Brustpanzer, aber, äh, nicht einmal in den Foliant. Also, also so ein Buch, weißt du? Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Aua! Die schlagen mich kaputt. Komm. Ja, perfekt. Sterbt an meinem Gift. Weißt du? Lass ein Gegengift, äh, 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 droppen. Idioten. Das mal selber zu nehmen. Oh Gott. Nicht, nicht töten. Fahrekt, ihr kleinen Viecher. Bam, bam, bam. Da ist die Truhe. Ja. Äh, toll. Äh, wir haben kein Glück, Alter. Wir haben sowas von kein Glück. Ausdauer-Elixier. Pfeile. Pfeile. Da sind Pfeile. Das ist auf jeden Fall gut. Ein Prunkschild. Ist das nur für Parler? Ich sag jetzt mal nichts dazu. Äh, nächstes einmal gesockelt ist aber auch nicht nur. Nur für Parler. Kurz vor meinem Level ab. Und da ist noch einer. Stopp. Gib mal mein Level. Naja, war eigentlich klar. Ich glaub, da rechten wir das, ne? Noch nicht so ganz. Naja. Ich brauche nicht vorüber, ne? Ich brauche noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Echt? Ne, ne. Ne, ein bisschen weniger als die Hälfte. So. Ungefähr noch. Ein Millimeter. Ne, da brauche ich mehr. Äh, wo muss ich denn lang? Da oder da? Oh, ist egal. Okay. Ne, ist nicht egal. Du machst das schon irgendwie. Ja, ja. Ich, ich, ich komm dann weit. Gut, dass ich jetzt fast keine Ausdauer mehr habe. Oh, ein grüner Brustpanzer. Was könnte das wohl sein? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wieder derselbe? Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Schön, ne? Also jetzt fühle ich mich so langsam wirklich verarscht von Diablo. Also von dem Spiel, nicht von dem Typen. Da liegt das ja beim Tor. Echt diese Harzkiste. Ich dreh durch. Aber die hat tatsächlich nur 106 Verteidigung, nicht 107. Über einen kleinen Unterschied, ne? 107. Ich glaub's ja nicht. Ein großer Zauber. Gucken wir mal, was dahinter steckt. Au. Ja, der explodiert einfach. Ich, ich kann den Typen ja nicht treffen. Ah, endlich. Erhöht 1 bis 3 Kälteschaden. Yay. Oh. Ist ja eigentlich der Boss. Ja, wegen dem Gefängnis. Aua. Oh Gott. Ich bin nur unfeindlich. Oh. Oh. Level up, Alter. Level up. Jetzt komm, geh kaputt, Schlichter. Wir wissen, dass du es willst. Oh, ein Jadestein. Ja. Ähm. Ey. Gib her. Kannst du den Kampfbogen haben. Oh. So. Schnellere Zauberrate. Erleitender Schaden geht auf Mana. Einzug Gewitter. Tolle Wurst. Das ist ein Scheiß. Ja. Äh. Schön. Alter. Mit dem Schwert geht das so easy. So, ich, ich, ich bleib mal hier hinter der Mauer. Weil ich mich hier sicher fühle. Oh Gott, lass mich. Oh, das ist so viel Feuer. Ja. Eieieieieieiei, ey. Klasse, diese Bengels. Aufsteu, Nixie. Sehr schön. Ach, schön, wie er sich drüber freut. Das ist so toll. Beste, was ich bekommen kann. Ich mach das. Bam, 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 bam. Kaputt. Das Schwert ist der Kracher. So, retten sie noch fünf Soldaten im Eishochland. Okay, ich krieg ein Problem. Habe ich die jetzt befreit? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ja. Nee, die sind hier unten noch. Ich habe mich kurz reingebordet, wollte ich die Tür aufmachen. Habe es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft. Nein, nicht töten. Oh Gott. Oh, was war das? Was war das für ein Erdbeben? Oh, nein, 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 nein. Äh, das kommt schon die ganze Zeit. Das sind die Katapulte. Wieso? Ich bin jedenfalls der Meinung, dass das die Katapulte waren. Ach, scheiße, ich kann doch nicht reingehen. Da sind zu viele Wächter von denen. Ich habe noch keinen Ausdauer mehr. Ah, jetzt bin ich bei den Barbaren drinne. Und die Penner kommen nicht zu mir. Nutze ich das mal aus, dass ich über den Jungs stehe. So, befreit. Hallo. Boah, ein Feldharnisch, was man zweimal sockeln kann, ist natürlich auch geil. Oh, diese miesen Penner. Hört doch auf zu spawnen. Hört nicht auf zu spawnen, Alter. Ach, wegen diesem Ding da, ne? Ja, ja. Oh, da ist noch ein zweites. Ja. Ich dreh durch. Weg ist es. Oh. So. Oh, ey, die halten immer so viel aus, diese Olifanten hier. Oh. Na, es geht doch. So, also, ich habe hier, ähm, einen Feldharnisch, zweimal sockelbar. Ja, nö, für mich nicht, danke. Ähm. Ja, dann habe ich hier ein Ausdauer-Dauer-Elixier. Das kannst du gerne mitnehmen. Warum war es mir klar? Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Hä? Okay, dann haben wir die eine Quest auf jeden Fall schon mal fertig. Und jetzt dürfen wir zurück zu Quarkinik. Äh, soll ich mal ein Portal machen, oder hast du schon, oder wo bist du überhaupt? Ich bin hier oben. Ach so, was machst du dann? Ach so, er möchte wieder schneller Level abkriegen als ich. Ja, wir kommen doch später sowieso zurück, wenn wir dann in dieses komische Portal gehen. Von daher mache ich mir da keinen Stress. Nein, nicht schön. Gott, ich bin immer so kurz vor dem Abnippeln. Ist nicht mehr gesund für mich. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich investiere ein paar Punkte in Stärke. Vielleicht hilft das ja meine Ausdauer. Ich glaube nicht. Alter. Ja, cool. Oh, wurde es besiegt. Wie er mich einfach nur mal kurz amüsiert hat. Ausdauer, 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 Verstehst du? Ja, ja, klar. Logisch. Okay. Achso, das war das kein Messer hier. Ich hab die extra im Portal gemacht. Wusste ich nicht. Muss ich auch sagen. Na, ist doch klar. Ach doch, ein Board. Wo ist meine Leiche? Da. Oh, ein Rubin. Rubin. Und ein Schädel. Großer Zauber. Die Schädel hab ich auch schon die ganze Zeit weggeschmissen, immer. Natürlich geht er darauf. Wieso auch nicht? Oh! Ein Zauber mit maximaler Ausdauer. Echt? Ja. Das ist ja genau was für dich. Das ist doch super. Ja, find ich auch. Trotzdem sickt das noch so schnell. Nicht genug Mana. Bla, bla, bla. Ey, ganz ehrlich. Für Gebäude, ne? Nehme ich nur noch das Schwert. Das ist so geil. Guck mal zu dir, sonst sterbe ich. Oh Gott, Pottesicht. Oh nein, ich hab keine Ausdauer mehr. Lötte mich bitte nicht, Kobold. Erzieh dich. Oh Gott, das ist so ein Spawn-Ding. Oh Gott. Nein! Nein! Oh, ich seh'n Heiltrank. Oh. Oh, ich bin gerettet. Das sagst du. Oh, ich hab'n Heiltrank. Sauber. Ja, ist gut. Scheiß Katapult. Pisschen, Hilfe. Ich hab' einfach mal mein Fenster mitgezogen. Oh, das gibt es nicht, wie viel das Vieh aushält. Na komm, jetzt sterb doch bitte. Beweg dich doch, wenn ich dich angreife. Wenn sie sich die bewegen, mach ich keinen Schaden. Gott, wie ich diese Ebene hasse. Oh ja. Oh ja. Das nimmt doch irgendwie immer kein Ende. Oh, nein, 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 nein. Huhu, huhu. Wieder so'n Mistvieh. Ah, geht doch. Äh, gab es nicht irgendwelche Stellen, die einem Ausdauer gegeben haben oder so? War doch nicht irgendwas? Äh, es gibt ne Rune. Äh. Die zu finden ist ja ja unwahrscheinlich. Ich glaube, die haben wir sogar. Würde ja mal nachgucken, wenn mich nicht die ganze Zeit so ein Mistvieh hier verfolgen würde. Mann, ich hab hier einen Boss, der gerade auf so'n Scheiß Viech reitet. Es ist wunderschön. Jetzt geht doch endlich down. Geht doch. Ein Riesenschwert. Oh, ein Topaz. Meins. So, ich geh mal kurz gucken, wenn ich nicht sofort wieder verrecke. Jetzt fühl' ich mich ein bisschen sicherer. So, ich mach gerade mal die Türme schnell platt. Das Ariad-Hochgebirge. Oh. Ein Knochenhelm. Zweimal Sockelbar. Oh. Ah, okay. 28% Bonus zu Angriffswert ist natürlich schon übertroffen, ne? Äh. Weg damit. So, ähm. 15% langsamere Ausdauerabsaugung. Was? Wie? Hab ich ne Rune. Ja, cool. Geh mal her. 15% langsamere Ausdauerabsaugung. Frage ist, ob das den Gegnern gilt, dass sie dir weniger absaugen? Das weiß ich nicht. Gilt auf Rüstung und Helme. Könnte sein. Die Eltruhne. Äh. Auf Rüstung und Helme? Na, hab ich leider nichts. Ich hab ein Schild, ja. Ja, hier liegt aber ein Helm. Ein Knochenhelm. Den kann man zweimal sockeln. Zufälligerweise. Ja, ich hab da meine Topasse drauf. Ne, ich hab meine Topasse drauf. Ach so. Ja, hm. Das ist natürlich doof. Ja, dann. Äh. Ach hier, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Bleib mal bei mir. Dann hab ich da noch ne Idee. Und zwar kümmern wir uns einfach um sowas. Ja. So. Oh, gut. Und bevor wir jetzt ins Aread Hochgebirde reisen, würde ich sagen, wenden wir hier die Folge. Und stellen uns ins Feuer. Ich klau denen erstmal das Zeug. Oh, Heiltrank. Oh. Ich hab ihn gefunden und du nimmst ihn einfach. Ist okay. Hier kriegst du den. Das ist ein Reiki-Trank. Ja, der bringt dir aber mehr. Was bringt der mir mehr? Naja, auch Mana. Na, super. So, äh. Tschüss und auf Wiedersehen. Out rein. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.